Die Weltstadt des Wohnens, Bögen Mahler Hallo, hier ist Michael Mahler. Besuchen Sie uns in Neu-Ulm, in der Weltstadt des Wohnens. Auf sechs Etagen und über 70.000 Quadratmetern finden Sie alles, was das Einrichtungssatz begehrt. Begleiten Sie mich auf einem kurzen Rundgang. Im ersten und zweiten Geschoss finden Sie auf über 20.000 Quadratmetern Europas größte Wohnenauswahl. Über 900 Sofas und über 400 Wohnwände warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Lassen Sie sich von der großen Markenvielfalt begeistern. Wir haben Markenstudios von Job, Hülster, Dieter Knoll, Ewald Schillig, W. Schillig, Wen Jakob und vielen mehr. In unserem Kinderland können Ihre Kleinen den Kinderverkehrsführerschein machen oder sich in zahlreichen anderen Attraktionen auf über 2.000 Quadratmeter austoben. Im vierten Stock befindet sich unsere Küchenabteilung. Mit über 700 Küchen haben wir Europas größte Küchenauswahl. Besonderes Highlight sind unsere beiden Technikcenter. Auf der rechten Seite sehen Sie das Kompetenzzentrum der Firma Miele. Auf der linken Seite, da ist der Firma Bosch. In unserem Granitstudio können Sie sich auf über 80 verschiedene Granitsorten beraten lassen. In unserem Restaurant Münsterblick mit Blick aufs Münster und mit über 800 Sitzplätzen können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Wählen Sie aus über 50 verschiedenen Gerichten. Im dritten Stock befindet sich unsere Schlafzimmerabteilung. Wir haben mit über 300 Schlafzimmer Europas größte Schlafenauswahl hier in Neu-Ulm. Und zusätzlich ein riesiges Boxspring-Kompetenzstudio mit vielen bekannten Namen wie zum Beispiel Rufbetten oder Jensenbetten. Und zusätzlich noch unser Matratzen-Kompetenzzentrum mit der Matratzenauswahl von Schlaraffia über Don Lopillo, Tempur und vielen anderen Marken gehören wir hier mit zu Deutschlands größten Matratzenstudios. Wir sind nun am Ende unseres Rundgangs angekommen, hier im Erdgeschoss. Sie sehen hier die Heimtex- und Boutique-Abteilung. Nebenan haben wir unsere Haushaltswarenabteilung und ganz schräg hinter mir die Leuchtenabteilung. Und hier im Hintergrund sehen Sie Trends2go, unseren Mitnahmemarkt. Sie können hier trendige, günstige Möbel sofort mitnehmen. Das heißt, wir haben alle Möbel bevorratet bei uns im Lager. Ja, die Babyzimmerabteilung und den Babyfachmarkt sowie das Jugendzimmer, den Bürofachmarkt und auch die Kleinmöbel-Garderobenabteilung konnte ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Auch die Badabteilung war leider nicht Bestandteil des Videos. Dazu ist die Zeit zu kurz gewesen. Aber schauen Sie doch einfach in Neu-Ulm vorbei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bis demnächst, Ihr Michael Maler. Bis demnächst, Ihr Michael Maler. Bis demnächst, Ihr Michael Maler.